Hallo und herzlich willkommen zu Leonard. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß mit dem folgenden Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Energievitalisierung haben wir jetzt. Was haben wir denn hier so schönes? Erhöht den Elementarschaden, den die Figur verursacht, 6 Sekunden lang um 50%. Nachdem diese Figur bei Gegnern die Reaktion Urwuchs ausgelöst hat. Ah, das ist ja toll. Gut, dann machen wir Einzelspieler. Ja, hier haben wir selber. Dann brauchen wir die da oben nicht zum Probieren. Wie wir ja schon wissen, die zum Probieren sind wirklich nicht so top, aber ist okay. Gut, was haben wir denn jetzt nochmal hier? Da haben wir ganz viele Gegner und da haben wir eigentlich eher so die ganzen Elite. Ja, gucken wir erstmal die Reflektionen an. Was haben wir denn hier? Äh, löst die Reflektionen aus, nachdem die Figur die Reaktion Supravuchs oder Supraspros ausgelöst hat. Löst die Reflektionen nach den Verursachen von Elementarschaden aus und Verursachen von Schönerangriffen. Okay, was haben wir denn? Ähm, erhält Stapelung für Elektroschadensbonus. Ähm, Elementarkunde der Figur. Und Elementarenergie wiederherstellen. Also Elementarkunde. Und Elektroschaden. Ähm, ja, ja. Ähm, für den ersten Kampf würde ich sagen... Ähm, ja. Tja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, wir nehmen einfach mal Elementarkunde mit. Das ist ja nie so verkehrt. So, dann gibt's 105 Punkte. Das passt. Beim zweiten wieder rum. Da würde ich sagen, knallen wir mal so richtig schönen Elektroschaden rein. Und im zweiten Team hätte ich dann gerne, ähm... Da hätte ich dann sehr, sehr gerne... Machen wir... Jawohl, jetzt muss ich überlegen. Elementarkunde wäre oben, ne? Aber trotzdem. Ähm... Wohl, man könnte auch überall... Äh, nicht nur überlegen. Also Elektro wäre da unten von Vorteil und auch Nahida. Also hier unten... Na komm, wir machen das übliche Team. So, passt. Jetzt ist da, habe ich da wirklich den Elektroschaden hochgemacht. Also dann wäre doch lieber hier unten vom Vorteil, ähm... Alles mit Elementarkunde voll zu pflastern. Genau, machen wir das so. Und hier oben machen wir dann den Elektroschaden. Genau. Weil dann können wir oben... Oben werden wir dann mal... Ja, was nehmen wir denn? Wir könnten mal ihn zum Probier nehmen, weil meiner ist halt auf jeden Fall nicht so gut. Ähm... Aber bevor wir das machen, nehmen wir sie mit. Dann ihn. Dann nehmen wir... Nehmen wir dann erstmal Kasur mit. Dann ihn. Und dann ihn. Ja, mal sehen. Das sollte hoffentlich funktionieren. Wir brauchen nur zwei andere Punkte. Krass schon. Gut, dann machen wir das Ding. Gut, dann machen wir das Ding. Also das Gute ist, ich habe jetzt was gelernt. Man kann Suno wunderbar mit, ähm... Mit, äh, Sinkyu zusammenspielen. Das finde ich sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Na. Da sind die Nächsten. Das gefällt mir, ja. Das gefällt mir, ja. Ah, der ist ein bisschen harnnäckiger. Aber da hat er sich erledigt. Ah, das läuft echt gut. Das sieht gerade nicht schlecht. Sollte ich vielleicht meinen Zoom auch mal wieder auspacken? Weil mit der Kombi ist das ja dann echt interessant. Macht doch schon Spaß, muss ich sagen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, jetzt ergibt das doch alles mehr Sinn, wie man ihn spielt und mit seinen Sets und alles drum und dran. Ja gut, weil er sich verschallt. Sehr gut. Dann kann ich den jetzt mal ein bisschen aufnutzen und so weiter. Gut, gut. Das war doch sehr hilfreich. Gut, jetzt geht's hier richtig los. Na, 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 nicht hauen jetzt hier. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. geschahen ist nicht da ich wundere mich schon sind die nervig so komm phoenix flieg sehr schön na geht doch jetzt kommt die variante sehr gut auf die habe ich mich gefreut das ist ja nicht so gut so geht kaputt so jetzt habe ich natürlich nicht dings gehabt ist egal wir haben die punkte voll schon lange das ist ja wichtig ob sagt wir haben die punkte so einmal noch mal phoenix abschießen hier wunderschön 3148 sehr schön sehr schön dann gucken wir uns mal die belohnung an sooo dann gucken wir mal rein hier und das übliche wunderbar alles gemeistert ich danke euch fürs zuschauen und bis zum nächsten mal und da sind wir leider auch schon am ende angekommen wenn es euch gefallen hat dann lasst mir doch einfach ein kostenloses Abo und ein Däumchen nach oben und wenn ihr mögt dann sehen wir uns im nächsten mal wieder bis dann und tschüss an dann dann